Interessant, wir haben zwar hier einen Weg, aber ihr bringt alles einzeln hin, obwohl wir die Erforschung haben, dass wir, dass auch auf Feld wegen Karren genutzt werden können, womit ihr drei Einheiten schlemmen könntet. Das ist ja pfiffig von euch, ne? Können wir jetzt auch schon mal das Ordenshaus von Brun? Huch, den Weg habe ich vergessen. Ich frage mich, ob wir irgendwo... Hatten wir nicht oben links? War da nicht ein unerschöpfliches Stein vorkommen? Ich weiß es gerade nicht mehr. Gehen wir mal kurz in die Richtung. Ich habe das ganze Dorf gesehen. So, hier schon mal das nächste Lagerhaus. Und in die Nähe ein Türmchen. Handel abgeschlossen. Sehr gut, dann verkaufen wir erstmal wieder was. 68 Beeren haben wir, das finde ich schön. Ach, ich wollte gucken, wie viel Esel bringen. Egal, beim nächsten Mal. Warum blinkst du da unten, wenn ich hier hinklicke? Da? Das macht irgendwie keinen Sinn. Da war, glaube ich, das Lager mit dem Supertypi. Oder? Ne, das ist ein ganz normales Lager. Ha. Aber zur Sicherheit speichere ich mal eben. Bevor mir jetzt wieder so ein blöder Fehler passiert. So, was gibt's denn hier Schönes? Ja, ich glaube, hier gab's wieder Waffen, ne? Ich fühl mich nicht so gut, Mr. Stark. So, was gibt's hier? Noch mal Eisenerz. Also schön. Habe ich genug Fische? Ich habe genug Fische. Sehr schön. Wo war denn? Hier war doch irgendwo noch ein Vorkommen. Irgendwo war noch ein sondierbares Gebiet, wo irgendwas war. Ah, hier war das Teufelsdorf, nenne ich's mal. Feind in Sicht. Mit dem Oberbabbo. Irgendwann werden wir schon was finden. Oh, schwebende Texturen. Sehr schön. Seht ihr das? Die schweben in der Luft. Feindliche Verstärkung ist eingetroffen. Hä? Warum spawnst du denn hier? Wie mies ist das denn bitte? Feind in Sicht. Feind in Sicht. Feind in Sicht. Also Streitkräfte sind natürlich genauso schnell. Deswegen wird das jetzt hier ein Kopf an Kopf rennen. Ja, komm, machen wir schon mal die Wohnhäuser. So, wo sind die jetzt langgerannt? Da. Finde ich gut, dass ihr die Feinde hier ein ganz klein bisschen bremst. Leider hat's nicht gereicht, aber immerhin. Feind in Sicht. So lange fliehen herrscht... Feind in Sicht. Es tut alles weh. Genau, schön weg vom Gebäude, schön hier oben hinkommen. Befehl erhalten! Ich fühle mich nicht so gut. Mir tut alles weh! Hm? Okay, da sind schon weitere Ingenieure auf dem Weg. Da könnt ihr aber mal hier das restliche Gebiet einnehmen. Die Pflicht ruft! Ich glaube, mittlerweile sind die Sägewerke einigermaßen solide versorgt. Da wir keine Baumstimme haben und... Ja doch, es dürfte passen. Ich mach's mal kurz Pause, bitte. Und warum pusche ich euch nicht mit Fleisch, damit ihr den doppelten Ertrag habt? Mann, Mann, Mann. Da hab ich ein bisschen gepennt. Das ist mein leichtester Auftrag heute. Das ist mein leichtester Auftrag heute. 50 bringt eine Gäste. Na, immerhin. Aber wir verkaufen erstmal unser ganzes Gold. so. So. Mehr Damage für unsere Soldaten. Ganz wichtig. So. Und ihr geht jetzt schon mal nach hier hinten und schaut weiter. Forschung abgeschlossen. So. Ach, guck mal. Kommen wir direkt in die nächste Stufe. Sehr schön. Gönnen wir uns. Das war recht teuer für die Waffen, aber... Egal. Ah. Ich muss mich ausholen. So. Gebiet wurde vergrößert. Sehr schön. Baue ich noch irgendwo was, oder habe ich wirklich nur 16, äh, Dings, 16 Ingenieure? Ich denke mal, ich habe wirklich nur 16. Aha. Obwohl die Banditen die Ruinen auf dieser Insel besetzt haben, gibt es noch genügend unparteiische Händler, die ihre Waren mit Freuden mit uns teilen. So, das hätten wir. Ich muss mich ausholen. Hören, schnell damit zum Lagerhaus. Ach stimmt, die kann ich öfter nutzen. Das ist nice. Ist das die einzige? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ob es hier noch irgendwo eine gab? Ah, wir werden es später herausfinden, denke ich. So, ihr, die hier nichts zu tun habt, nehmt doch mal bitte das Gebiet hier ein. Und schon haben wir keine Kohle mehr. Ja, Menschenskinder, ne. Würdest du was bringen, wenn wir einen zweiten Hafen haben? Können wir dann parallel handeln? Hm. Interessant, dass ich das hier anklicken kann, der die Sachen da aber als rot anzeigt, obwohl ich die hier habe. Naja, egal. So, erst mal mehr Lebenskraft und dann machen wir das, damit sie den maximalen Push kriegen. Ach, guck mal, ein bisschen was Feindliches. Ein nachwachsender Wald. Weiß ich schon, in welche Richtung ich expandieren werde. Okay, also immerhin die Versorgung mit Eisen ist über die Mine einigermaßen gesichert, weil da können wir alle sieben Minuten uns eindecken mit 20 Eisen. Nur Kohle brauchen wir jetzt leider erstmal. Wir haben ein Gebiet entdeckt. Ne, komm, wir kaufen erstmal Kohle, damit wir Soldaten ausbilden können. Weil leider dieser teuflische Captain One-Shot uns mit einem Schuss alle platt macht. Und nicht alle mit einem, aber jeweils mit einem Schuss. Was hätte ich auch schon längst optimieren sollen? Hätte, hätte, Fahrradkette. Oh, komm, das könnten wir doch auch mal pushen. Machen wir hier noch einen Getreidehof hin. Und hier noch einen Bauernhof, der etwas Fleisch produziert. Damit wir da auch alles super versorgt bekommen. Die Pflicht ruft. Ich weiß nicht, ob ich ihn nicht angreifen möchte. Ich glaube, ich möchte angreifen. Forschung abgeschlossen.